Das FFT IGV ist eines der besten Produkte von FFT. IGV steht hierfür Intelligent Guided Vehicle, wodurch wir uns in die Welt der fahrlosen Transportsysteme in einer neuen intelligenten FFT-Dimension einreihen. Die Produkteigenschaften vom IGV sprechen hierbei für sich. Wir haben eine Dragklasse von bis zu drei Tonnen, ein gefedertes Fahrwerk zum Ausgleich von Unebenheiten sowie eine induktive Lademöglichkeit. Bei der Navigation selbst setzen wir auf eine hybride Technik. Das bedeutet, wir haben einerseits die freie Navigation, die sogenannte SLAM-Methode, über die Sicherheitssensorik und andererseits die spurgeführte Navigation durch Magnetstreifen oder DMC-Codes. Beides wahlweise wählbar. Die neueste Erweiterung, die wir jetzt implementiert haben, ist eine sichere Positionierung durch einen DMC-Code sowie der weltweit einmalige Einsatz einer sicheren 3D-Kamera für Hindernisse in der Höhe direkt am IGV angebracht. Herbert & Fuchs liefert neben der Standard-Sensorik, also induktive Sensorik, Ultraschall-Sensorik oder auch optoelektronische Sensorik, zwei Innovationen in dieses Projekt. Das sind zwei sicherheitsgerichtete Sensorik-Systeme. TofMotion ist hier mit der weltweit ersten sicherheitszertifizierten Kamera unterwegs. Wir haben eine 3D-Kamera nach dem Deimer Flight-Prinzip und die fährt auf dem Fahrzeug mit und bietet Personensicherheit. Und über das hinaus wird die Kamera auch die Beladung sichern und sehr kleine Objekte am Boden erkennen, die im Fahrwerk des Fahrzeugs liegen. Unsere Kunden schätzen den Einsatz von Siemens Standardkomponenten. Das bedeutet, dass wir eine SPS im Fahrzeug selbst sowie in der Leitsteuerung verbaut haben. Dadurch haben wir einerseits ein gewohntes Umfeld für die Instandhaltung sowie andererseits eine sichere Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und beispielsweise stationärer Sicherheitstechnik. Der Vorteil hierdurch ergibt eine sicherheitstechnische Überwachung, welche nicht am Fahrzeug angebracht ist durch stationäre Sicherheitstechnik. Dadurch können wir Bereiche überwachen, die quasi nicht vom Fahrzeug selbst einsehbar sind, beispielsweise in Türnischen, hinter Hallensäulen oder in irgendwelchen anderen Steuerkonturen. Zudem besteht die Möglichkeit, durch das Baukastensystem zusätzliche Antriebe, Sensorik, Aktorik etc. hinzuzufügen. Wir sind quasi eine mobile Produktionsanlage mit dem IGV. Wir als FFT sehen uns jedoch nach wie vor in der Turnkey Position. Das heißt, unser Anliegen ist es nicht nur das IGV zu liefern, sondern das Komplettpaket inklusive der Be- und Entladestation, der Produktionsanlage oder dem Bergstückträger, was sich oben auf dem IGV drauf befindet. Dabei gehört zu uns die Konzeptionierung, die Projektleitung, die Realisierung bis hin zum von Aftersales alles aus unserer FFT hat.